willkommen zu einer weiteren solo folge der timer geht leider nicht runter während man solo spielt deswegen werde ich jetzt einfach noch mal die letzte runde hier auch solo spielen mehr schaffe ich dann leider zeitlich momentan nicht ich weiß gar nicht mehr was das für eine map ist wir nehmen noch mal den platz bike vielleicht schaffen schaffen noch auf rang 2 ich glaube zwar nicht aber mal gucken so jetzt erinnere ich mich dann haben sie die ersten beiden maps wirklich rausgenommen nicht ein bisschen schade war so schlimm waren jetzt endlich nicht und das ist nach wie vor eine der ersten maps die beispiele haben überhaupt meine lieblinge folterfeil zack das ist der beste platz meine lieblinge folterfeil das ist der beste platz jetzt sind sie auch schon acht wellen ich glaube das gibt mehr kohle wenn die da durchrinnen warten wir einfach beim wichter ich beschütze ihn dann du ich bei du 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 magst nicht hier! Ich werde diesen Fikunen meines Liebens erst mal vertreten! Jetzt hier! Ach keine Kohle mehr, na super! Hm! Läuft eigentlich auch gut ohne uns! So, ich kann keine Barrikade setzen, solange die wir dann laufen! Die merke ich mir! Läuft den Feind genau hier hin! Das ist der beste Platz! So, lalalalalala... Eigentlich brauche ich hier... ...gar nicht großartig jetzt anfangen, ne? Ich bin ja auch nicht großartig! Ich bin ja auch nicht großartig! Ich bin ja auch nicht großartig! Oma, ich sehe das Leben, ich komme zu, Herr Vega! Nein, ich helfe! Bitte, 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 umfiehend! Lockt den Feind genau hierhin! Oh, jetzt kommen auch noch Menschen! Da müssen wir uns schicken! Na kommt. Hm, die machen schon Damage und können schon zu viel aushalten. Okay, Glück. Das ist der beste Platz. Na, wo bleiben sie denn? Ja, das ist der beste Platz. Ich habe mich, dass ich das nicht so gut bin. Das ist der beste Platz. Das ist der beste Platz. So, jetzt können wir hier langsam mal was aufbauen. Hier, lockt den Feind, genau hierhin! Dank die Erde mit Blut! Ich renne mal kurz zu anderen Lanes, obwohl da kommen jetzt auch die großen Scheiße. Geiler, helf mich auf! Da! Geiler, helf mich auf! Schatten der Traumeiche auf! Lockt den Feind, genau hierhin! Das ist der beste Plan! Hängt die Erde mit Blut! Okay, 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 dann musst du entspannend bleiben. Das fackern wir so. Wir haben mein Kugel! Wir haben uns! Okay, ist das bei der anderen Dänen? Da kommen jetzt schon ganz schöne Brocken, ey. Könnte sein, dass der Wächter jetzt hier abdankt. Du wächter, mein Tor! Infront mit dir! Now here! Ich bin der Brudelist! Ich bin der Brudelist! Das ist der beste Platz! Ah, ist der schnittste Wille! Okay, 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 okay! Ich komme! Ich bin der Brudelist! Ein weiterer T! Juuu! Solo, alles gewonnen! Na gut, das war noch die easy-peasy-peasy-Maps! Aber, ja, versuch mal in der nächsten Session, mal wieder in der Gruppe zu gewinnen! Ich bedanke mich zu, äh, bedanke mich! Ich bin der Brudelist!